...dürfte diese Maschine auch einmal nicht nur mit fliegen, sondern auch in der Luft fliegen, im Original und hier absolut originalgetreu, diese Maschine hier in der Luft, das Fahrwerk genauso gar nicht einzig reingezogen wie beim Original, die ganze Maschine absolut scale-long gebaut, mit 3,53m... ...und haben dieses Modell der Jagd 18A neben dem Original den Zuschauern im Flug vorgeführt. Das heißt, auf Zuschauersseite lobt das Modell und dahinter lobt die Originalmaschine. Und wenn man gemeint hat, das geschieht nur aus Vorsicht, dass die Originalmaschine nicht zu schnell wäre, ja von wegen, in dem Moment, wo hier mit dem 120 Kubiker Motor Vollgas gegeben wird, hat die Original Jagd 18A bereits zu den ganz alten Hasen der Fliegerei, was der schon alles mit dem Finger hatte und vorgeführt hat. Aber er möchte uns einfach diese Jagd 18A originalgetreu vorführen. Ein wunderschönes Modell, Scale und originalgetreu vor dem Knoten, hier in den Knoten, hier in den Knoten vorbei. Die Geräte schauen auch noch ein wenig raus. Ich bitte mich, dass du die Anpassung hast. So wie der Thomas sie vorführen. nein... Das zu viel,ず吧... ...Nasine... ...Gelassen... ...Gelassen... Schemal... Ein sauberer Törn. Schauen Sie mal, wie nahe beim Rumpf die Landeklappen sind. Auch die sind original und hoffen sie auch in weitem abgestellten, mit 40 Grad. Da muss der Pilot auch diesen richtigen Schlaf brauchen, damit er die Geschwindigkeit hält, ohne dass es die Auszeitung abgestimmt. Der Flugzeug atmet und es geht natürlich durch die Station. Und genau beim Pilot setzt die Maschine auf. Rollt aus. Das ist ein sehr guter Typ. Das ist ein sehr guter Typ. Das ist ein sehr guter Typ. Das ist ein sehr guter Typ.